Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Mir ist es im Leben noch niemals besser gegangen. Wann sehe ich dich wieder? Gut, ich erkläre dir alles, wenn du willst. In Wirklichkeit habe ich gar kein Schuhgeschäft. Ich weiß. Am besten gehst du wieder nach Haus, Gloria. Du machst einfach weiter mit dem, was du machst. Ich will dir helfen, so gut ich kann. Machen Sie es sich bequem. Bloß nicht vergessen, Sie sind bei mir. War nur ein Scherz, das ist mein Humor. Ja, und was willst du mit dieser Frau machen? Alles dafür tun, um an ihr Geld zu gelangen. Wirst du auch mit dir schlafen? Aber nein, du weißt doch, dass ich nur noch mit dir schlafen will. Ich will das nicht. Was willst du nicht? Ich will das nicht. Was gefällt dir? Was gefällt dir? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amen.